16 Personalities Test, Leon Lovelock, weh schon ganz genau wie das läuft, let's get it on, man. XVLOX, danke auf jeden Fall für die 2 Euro, er will unbedingt diesen 16 Personalities Test sehen. Ich küsse deine Personality jetzt auch schon, ich brauch den Test nicht, auf den. 16 Personalities Test, Leon Lovelock, weh schon ganz genau wie das läuft, let's get it on, man. Wo sind wir hier? Nee, kostenloser Persönlichkeitstest, es fällt ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen, fällt mir nicht schwer, nein. Sie verlieren sich oft so sehr in Gedanken, dass sie ihre Umgebung ignorieren oder vergessen. Oh, es ist eigentlich, boah, Digger, ist die Mitte, würde ich sagen. Sie versuchen, ihre Mails möglichst zeitnah zu beantworten und können einen unordentlichen Posteingang nicht ertragen. Wäre schön. Es fällt ihnen leicht, entspannt und fokussiert zu bleiben, selbst wenn sie unter ein wenig Druck stehen. Tendiere ich auch eher zu stimmt? Wegen Yoga und Meditation habe ich das gelernt. Normalerweise beginnen sie keine Gespräche. Nee, das stimmt nicht. Sie tun selten etwas nur aus purer Neugier. Boah, da brauche ich jetzt, ich muss mir eine Situation vorstellen, so wo ich neugierig war. Boah, da, sie tun selten etwas nur aus, ach nee, sie tun selten etwas nur aus purer Neugier. Mö, mach ich schon, mach ich, ich bin schon sehr neugierig. Weiter. Sie fühlen sich anderen Menschen überlegen? Nee. Nicht wirklich. Manchmal. Aber das ist nicht so mein, nee. Ich fühle mich eigentlich mit vielen Menschen so auf Augenhöhe. Ja, also ich würde eher so, stimmt nicht, tendieren. Organisiert zu sein, ist ihnen wichtiger, als anpassungsfähig zu sein. Nein. Ich brauche auf jeden Fall mehr Organisation. Sie sind für gewöhnlich hoch motiviert und voller Energie. Für gewöhnlich schon, ja. Es ist ihnen wichtiger, dass niemand verärgert wird, als dass sie eine Debatte gewinnen. Ja, schon, Digga. Ich schwöre dir, mir ist wichtiger, diesen positiven Vibe so zu behalten, anstatt auf Krampf zu debattieren. Es ist ihnen wichtiger, dass niemand verärgert wird, ja. Sie haben oft das Gefühl, dass sie sich gegenüber anderen rechtfertigen müssen. Ja. Ja. Ja, schon. Ihre Umgebung daheim und am Arbeitsplatz ist ziemlich ordentlich. Das auf jeden Fall. Ich könnte organisierter sein im Vorgehen, aber ordentlich mäßig bin ich auf jeden Fall. Es macht ihnen nichts aus, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Voll. Sie halten sich eher für praktisch veranlagt als kreativ. Ja. Ein bisschen mehr praktisch als kreativ, aber Kreativität ist auf jeden Fall auch da. Andere schaffen es selten, sie zu verärgern. Nee, stimmt nicht. Schaffen schon. Schaffen schon. Bisschen weniger mit den Jahren, aber schaffen schon. Ihre Reisepläne sind normalerweise gut durchdacht. Nee. Nee, Digga. Wenn ich eine Freundin habe, ja, alleine nicht. Es fällt ihnen oft schwer, die Gefühle von anderen nachzuempfinden. Stimmt nicht. Auf gar keinen Fall. Ich fühle so viel. Ich würde mir wünschen, manchmal weniger zu fühlen. Ihre Stimmung kann sich sehr schnell ändern. Stimmt. Bei einer Diskussion sollte die Wahrheit wichtiger sein, als die wunden Punkte anderer. Ja. Sie sorgen sich selten, wie sich ihre Taten auf andere auswirken. Nee. Nee. Ich meine, ich würde jetzt so, mir würden Situationen einfallen, wo mir es einfach nicht bewusst war, weißt du. Aber wenn es mir bewusst ist, also ich sorge mich schon, wenn ich was mache, was das bei anderen auswirkt, auf jeden Fall. Ihre Arbeitsweise ähnelt eher willkürlichen Energieschüben als einem methodischen und organisierten Ansatz. Ja, leider. Shit, ey. Immer Energie. Sie sind oft neidisch auf andere. Nee. Manchmal ja, aber nicht oft. Ein interessantes Buch oder ein Videospiel ist oft besser als eine Party oder ein Treffen mit anderen. Bin ich so der Leser und Zocker, man? Deswegen eigentlich, es stimmt nicht. Die Fähigkeiten, einen Plan zu entwickeln und dabei zu bleiben, ist der wichtigste Teil von jedem Projekt. Die Fähigkeit, einen Plan zu entwickeln und dabei zu bleiben, ist der wichtigste Teil von jedem Projekt. Ja, tendiere ich auf jeden Fall zu ja. Test it out, man. Freunde, ihr könnt gerne parallel mitmachen, ne? Dabei ist alles, weil dabei ist alles. Ähm, Wunde, Punkte, road, man. Sie verlieren sich selten im Tagträumereien und Gedanken. Sie verlieren sich selten, na, schon ab und zu. Sie finden sich oft in Tagträumereien wieder, wenn sie in der Natur unterwegs sind. Eigentlich bin ich da mehr real. Also, wenn ich in der Natur bin, gucke ich mir mehr die Natur an eigentlich. Ich bin zu Hause eher der Tagträumer. Wenn jemand nicht schnell auf ihre E-Mail antwortet, machen sie sich Sorgen, ob sie etwas Falsches gesagt haben? Nein, ne, 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 was für, ne. Als Elternteil wäre es ihnen wichtiger, dass ihr Kind freundlich wird als intelligent. 100 Prozent. Sie erlauben anderen Menschen nicht, ihre Taten zu beeinflussen. Sie erlauben anderen Menschen nicht, ihre Taten zu beeinflussen. Ja, manchmal leider schon, aber ich versuche da Acht draufzulegen. Ihre Träume konzentrieren sich mehr auf die reale Welt und deren Ereignisse. Ihre Träume konzentrieren sich mehr auf die reale Welt und deren Ereignisse. Das ist voll schwer. Voll schwer zu beurteilen, sage ich dir ehrlich. Ihre Träume konzentrieren sich mehr auf die reale Welt und deren Ereignisse. Ja, mache ich meine Träume jetzt krass davon abhängig, was in der realen Welt und was passiert quasi in der realen Welt? Eigentlich nicht, meine Träume sind eigentlich free. An einem neuen Arbeitsplatz machen sie schnell bei gesellschaftlichen Aktivitäten mit. Neuer Arbeitsplatz? Das sind so Vibes, ja. Sie improvisieren lieber als sorgsam zu planen. Ihre Emotionen steuern sie mehr, als dass sie diese steuern. Ja, immer noch auf jeden Fall im grünen Bereich. Ich war mal, ich glaube, ich war mal hier. Bin hier runter. Bin jetzt sogar vielleicht hier. Ich würde sogar fast sagen, ich bin fast schon hier. Ja, noch ein bisschen mehr Meditation, Yoga, ein bisschen mehr Selbstliebe, ein bisschen noch mehr reflektieren, noch bewusster sein, noch mehr im Moment sein. Und dann werde ich auch meine Emotionen noch besser in den Griff kriegen. Sie kriegen gerne zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen man sich verkleidet oder Rollenspiele stattfindet. Ne, Digga. Sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische und unpraktische Ideen zu überdenken, die jedoch faszinierend sind. Sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische und unpraktische Ideen zu überdenken. Eigentlich, ich bin schon sehr Realismus. Sie improvisieren lieber als Zeit damit zu verbringen, einen detaillierten Plan auszuarbeiten. Ja, leider. Diese Planungsweibs sind halt, strukturierten Weibs sind bei mir leider nicht so ausgeprägt. Sie sind eine relativ ruhige und zurückhaltende Person. Nein, wenn Sie ein Unternehmen hätten, würde es Ihnen sehr schwer fallen, loyale Mitarbeiter zu entlassen, die allerdings geringe Leistungen bringen. Ja, Sie machen sich oft Gedanken über den Grund der menschlichen Existenz. Ja, Logik ist normalerweise wichtiger als Herz-Bauch-Gefühl, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Für mich nicht. Ihnen ist es wichtiger, flexibel zu bleiben, als Aufgabenlisten zu haben, abzuarbeiten. Ja, aber das ist eigentlich eher dann so Rosinenpicken, Digga. Ihnen ist es wichtiger, flexibel zu bleiben, als Aufgabenlisten zu haben. Es ist, ich bin einfach faul. Das ist mir nicht wichtiger, sondern ich weiß schon, dass so Aufgabenlisten helfen können. Aber ich arbeite leider sehr flexibel als Aufgabenlisten zu haben. Ja, ich würde sagen, stimmt, aber stimmt nicht. Weißt du? Wenn Ihr Freund Ihre Freundin über etwas traurig ist, dann bieten Sie wahrscheinlich eher emotionale Unterstützung an, als dass Sie Möglichkeiten zur Problemlösung vorschlagen. Nee. Ich bin eher so der Problemlöser. Ich bin eher so der Problemlöser, würde ich sagen. Sie fühlen sich selten unsicher. Unsicher fühle ich mich schon manchmal. Es kommt immer darauf an, was ich gerade mache, wohin ich gehe, was vor mir steht, wie groß die Challenge ist, wie weit ich aus meiner Komfortzone raus muss. Wenn es jetzt Sachen sind, wo ich so krass aus meiner Komfortzone raus muss, fühle ich mich schon manchmal unsicher. Aber ich bin eigentlich ein sehr konfidenter Typ, wenn es um Sachen geht, wo ich zum Beispiel im Thema bin und die in meiner Komfortzone liegen. Sie fühlen sich selten unsicher. Das würde ich machen. Sie haben keine Probleme, damit einen persönlichen Zeitplan festzulegen und sich daran zu halten. Doch, ich habe Probleme. Also stimmt nicht. Recht zu haben, ist bei der Teamarbeit wichtiger, als kooperativ zu sein. Ja, ich bin halt, ich bin schon so rechthaberisch ein bisschen. Also ich würde schon dahin tendieren. Sie sind der Ansicht, dass alle Meinungen respektiert werden sollten und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten gestützt werden oder nicht. Ja, sie haben mehr Energie, nachdem sie Zeit mit einer Gruppe von Leuten verbracht haben. Safe. Sie verlegen regelmäßig ihre Sachen. Nee. Sie stufen sich selbst als emotional sehr stabil ein. Mittel. Ihr Kopf stets voller unerforschter Ideen und Pläne. Ja. Sie würden sich selbst nicht als Träumer Träumerin bezeichnen. Doch, es fällt ihnen gewöhnlich schwer, sich zu entspannen, wenn sie vor vielen Menschen sprechen. Ja. Im Allgemeinen, naja, obwohl. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Im Allgemeinen verlassen sie sich eher auf ihre Erfahrung als auf ihre Vorstellungskraft. Nee. Nee. Sie sorgen sich zu viel, was andere Leute denken. Ja. Wie lange dauert das jetzt noch hier? Ja, 90%. In einem vollen Raum bleiben sie näher an der Wand und meiden die Raummitte. Ist mir eigentlich egal, Digga. Ist mir egal. Sie neigen dazu, Dinge aufzuschieben, bis nicht mehr genug Zeit bleibt, um alles zu erledigen. Leider. Nicht so extrem, aber manchmal. Sie sind sehr nervös in stressigen Situationen. Ja. Sie glauben, dass es lohnenswert ist, von anderen gemocht zu werden, als einflussreich zu sein. Ja, schon. Sie haben sich schon immer für unkonventionelle und mehrdeutige Dinge interessiert. Zum Beispiel, was Bücher, Kunst oder Filme angeht. Ja, unkonventionelle Verschwörungstheorien. It ain't man, weh ich jo. In gesellschaftlichen Situationen ergreifen sie oft die Initiative, ja. Hundertprozentig. Jetzt muss das Ergebnis kommen. Jetzt wird der Shit berechnet, Freunde. Gib mir die Rechnungs-Vibes. Der Persönlichkeitstyp ist Aktivist. Verstand, Energie, Natur, Taktiken, Identität. Ah, hier kommt. ENF, ENF, PT. Ja, man hat der eine auch eingeschätzt, Digga. Krass. Verstand, extrovertiert, extrovertiert, oder? Introvertiert. Energie, intuitiv, realistisch, Natur, Prinzipien, fokussiert, Taktiken, suchend, ja. Identität, stürmisch, durchsetzungsfähig, 7. Es interessiert mich nicht, womit du dein Geld verdienst. Einführung, es interessiert mich nicht, womit du dein Geld verdienst. Ich möchte wissen, wonach du strebst und ob du Träume wagst, die sehnsüchtig deines Herzens zu erfüllen. Es interessiert mich nicht, wie alt du bist. Ich möchte wissen, ob du riskierst, für einen Narren gehalten zu werden, für deine Liebe, für deine Träume, für das Abenteuer deines Lebens. Menschen vom Persönlichkeitstyp des Aktivisten sind wahrhafte Freigeister. Sie sind Herz und Seele jeder Party. Aber sie interessieren sich weniger für die Lust und Spannung des Augenblicks, als für die gesellschaftlichen und emotionalen Verbindungen, die sie mit anderen knüpfen. Aktivisten sind charmant, unabhängig, energisch und mitfühlend. Sie machen 7% der Bevölkerung aus und machen sich gewiss in jeder Menschensammlung bemerkbar. Ja, stimmt so. Stimmt so zu 80%, würde ich sagen. Eine Idee genügt, um die Welt zu ändern. Aktivisten sind mehr als nur gesellige Publikumslieblinge. Ihre visionäre Natur ermöglicht es, ihnen mit Neugier und Energie zwischen den Zeilen zu lesen, fühle ich. Sie neigen dazu, das Leben als ein großes, komplexes Puzzle zu sehen, in dem alles miteinander verbunden ist. Geil. Persönlichkeitstypen in der analytischen Rollengruppe nehmen dieses Puzzle als eine Serie von systembedingten Abläufen wahr. Aktivisten hingegen sehen das Puzzle durch ein Prisma von Emotionen, Mitgefühl und Mystik und sind immer auf der Suche nach einer tieferen Bedeutung. Ich schwöre dir, so ist es. Der Unabhängigkeit sind von Aktivisten es leidenschaftlich. Sie streben viel mehr nach Kreativität und Freiheit als nach Stabilität und Sicherheit. Geil, Mann. Das macht irgendwie voll Sinn. Menschen anderer Persönlichkeitstypen finden diese Eigenschaft. Das Krasse ist halt, dass der Aktivist ist leidenschaftlich und sie streben viel mehr nach Kreativität und Freiheit als nach Stabilität und Sicherheit. Ich weiß, dass es so ist, aber das fuckt mich ab, dass ich weniger nach Stabilität und Sicherheit strebe irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, ich wünschte mir manchmal mehr Stabilität und Sicherheit, aber mein Persönlichkeitstyp strebt halt mehr nach Kreativität und Freiheit, weißt du? Menschen anderer Persönlichkeitstypen finden diese Eigenschaften wahrscheinlich beneidenswert. Wenn Aktivisten eine Sache gefunden haben, für die sie sich begeistern können, bringen sie eine Energie auf, die sie oftmals ins Rampenlicht befördert und sie werden dann von ihren Mitmenschen als Führer und Gurus betrachtet. Dies ist aber nicht immer die Rolle, in der sich die unabhängigkeitsliebenden Aktivisten befinden möchten. Aktivisten finden es besonders schwer, die Kleinarbeit und routinemäßigen Aufgaben zu bewältigen, die eine Führungsposition mit sich bringt. Das Selbstwertgefühl der Aktivisten hängt von ihrer Fähigkeit ab, originelle Lösungen zu finden und es ist wichtig, ihnen Freiraum zur Innovation zu gewähren. Wenn sie in einer monotonen Rolle gefangen sind, werden sie sehr schnell bedrückt und frustriert. Digga, ich schwöre dir. Also da habe ich jetzt direkt zwei, drei Beispiele in meinem Kopf, die mir dazu einfallen. Verliere nicht den kleinen Funken von Verrücktheit. Aktivisten haben ein Talent dafür, sich zu entspannen und es fällt ihnen leicht, von einem engagierten, nie arbeitsmüden Mitarbeiter zu einem fantasievollen und enthusiastischen Freigeist auf der Tanzfläche zu werden. Oft mit einer Plötzlichkeit, die sogar ihre besten Freunde überrascht. Unter anderem Menschen zu sein, gibt ihnen die Möglichkeit, sich emotional mit anderen zu verbinden und interessante Einblicke in die Motivation von Freunden und Kollegen zu erlangen. Aktivisten glauben, dass jeder sich die Zeit nehmen sollte, seine Gefühle zu erkennen und auszudrücken. Und sie machen diese Gefühle durch ihr Einfühlungsvermögen und ihre Geselligkeit zu einem natürlichen Gesprächsthema. Ja, Mann. Geil. Wir sind gleich durch, Freunde. Aktivisten müssen jedoch Acht geben, sich nicht zu sehr auf ihre Intuition zu verlassen und zu viel über die Motivationen eines Freundes zu mutmaßen. Andernfalls könnten sie die Signale falsch verstehen und dadurch Pläne vereiteln, deren Ausführung mit einem konventionellen Ansatz einfacher gewesen wäre. Okay. Dieser soziale Stress ist das Schreckgespenst, das die an Harmonie orientierten Aktivisten nachts am Schlaf hindert. Aktivisten sind sehr emotional und sensibel und wenn sie jemanden auf die Zähne treten, fühlen es beide. Ich schwöre es dir. Aktivisten werden viel Zeit damit verbringen, soziale Beziehungen, Gefühle und Ideen zu erforschen, bevor sie etwas finden, womit sie zufrieden sind. Wenn sie jedoch schließlich ihren Platz in der Welt gefunden haben, können ihre Fantasie, ihre Einfühlungsvermögen und ihre Unerschrockenheit zu ausgezeichneten Ergebnissen beitragen. Geil. Okay, krass. Berühmte Aktivisten. Robert Downey Jr., Robin Williams, Quentin Tarantino, RM, Kim Namjoon. Okay, hier gibt es dann noch voll viele so Stärke und Schwächen und so, aber das müssen wir uns jetzt hier nicht alles durchlesen. Kaum praktisch veranlagt, können sich nur schwer konzentrieren, denken zu viel nach, schnell gestresst, sehr emotional, zu unabhängig. Das könnte man sich jetzt auch noch alles reinfetzen. Ich fand jetzt diesen Bericht nicht schlecht. Romantische Beziehungen vielleicht noch. Vorteile für Aktivisten ist ihr unwiderstehlicher Charme, wenn es darum geht, einen Partner zu gewinnen. Die Wärme, Aufregung und Leidenschaft der Aktivisten sind einfach unwiderstehlich. Oh shit, man, gib mir die unwiderstehlichen Vibes, man. Ich werde mir das nochmal privat ein bisschen durchlesen. Könnt ihr euch ja reinziehen, was beim Typ Aktivist alles drinsteht. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Korrekt auch an denjenigen, der das empfohlen hat. Ist interessant. Hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht. Leon, ganz unten stehen Aktivisten, stehen noch mehr Promis. Du hast nur die vier Promis gesehen. So, wen haben wir da noch? Russell Brandt, Kelly Clarkson, Will Smith, Digga. Will Smith ist auch dabei, der Bruder, ja. Geil. Mac Ryan, Will Smith ist geil, Digga. Alan DeGeneres, echt, ja? Ja, Bruder. Michael Scott. Spider-Man. Phil Dunphy von Ding hier, Modern Family, krass, Digga. Echt? Nein, bei dem sehe ich keine Parallelen. Piper Chapman. Den kenne ich gar nicht. Ich hoffe in Washburn. Peter Malak. Jennifer Keller. Stargate Atlantis. Carrie Bradshaw von Sex in the City. Geil, Digga. Willy Wonka. Charlie and the Chocolate Factory. Alright, man. Wisst ihr Bescheid, Freunde, ja? Will Smith und Alan DeGeneres. Damit kann ich mich auf jeden Fall identifizieren. Will Smith ist krass. Der ist der geilste, Digga. Vor allen Dingen, ich habe den auch immer in meinem Kopf, also was Vision angeht, hatte ich den immer in meinem Kopf, weil der auch so viele verschiedene Sachen macht. Ich wollte mich auch nie festlegen auf YouTube, Musik, Schauspielerei, Modeling, Entertainment einfach. Und er hat ja auch alles in seiner Karriere schon gemacht und deswegen finde ich ihn und Jamie Fox auch, das sind so, wenn ich daran denke, wer ich so bin oder was ich mir vorstellen kann als Vision, dann ist das schon so die Richtung auf jeden Fall.